Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Absolut Bundle von Abstrakt. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Absolut von Abstrakt, das Ganze am 6. September erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Das Bundle besteht, wie wir auf den ersten Blick sehen können, aus dem Album an sich und aus einem Shirt. Dieses ist noch in Folie. So, bevor wir die Folie entfernen, haben wir hier noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier Abstrakt, Absolut, Bundle T-Shirt Dark Grey M. Darüber haben wir noch einen Barcode. Bezüglich der Größe, es gab dieses Shirt frei, also von der Größe her auszuwählen. Ich habe mich wie immer für M entschieden. So, holen wir das Ganze mal aus der Folie raus. Aber bevor wir zum Shirt kommen, starten wir wie immer mit dem Album an sich. Dieses kommt ohne Folie. So sieht das aus. Wir lesen hier oben einmal den Albumtitel, Absolut. Und dann haben wir hier so ein rot-braunes Farbschema. Und eine, das dürfte eine Buddha-Statue sein, die allerdings hier schon ziemlich gelitten hat. Also sowohl die Schultern als auch der Kopf wurden hier ziemlich beschädigt. Sie ziemlich verfallen aus, die Statue. Das Ganze kommt in einem regulären Toolcase. Hier lesen wir auch nochmal Absolut. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 13 Tracks an der Zahl. Jede Menge Features, wie wir sehen. Unter anderem UK Valley und Ilstar, die jeweils zweimal drauf sind. Aber auch noch einige andere. Sowohl Herren als auch Damen. Dann haben wir hier unten noch die Infos. Das ganze Album wurde produziert von Freshmaker. Und es ist erschienen über einige der wenigen. So, hier haben wir auch nochmal den Kopf der Buddha-Statue in diesem Fall. Dann schauen wir mal hinein. Und nehmen wir als erstes mal das Booklet raus. So, also wir kommen zum Booklet. Wir haben hier diverse Damen. Also die dürften auch so aus der spirituellen, aus der religiösen Welt kommen, sag ich mal. Also so wie auch hier diese Buddha-Statue. In dem Bereich spielt sich das hier alles ab. Abstrakt ja generell ein sehr spiritueller Geist oder Mensch. So, hier nochmal die Tracklist im Detail. Dann haben wir hier die Infos zum Album. Also wer hat produziert. Wie gesagt Freshmaker, Mix & Mastering, Artwork. Alles kann man hier nachlesen. Dann haben wir hier zum Abschluss noch die bisherige Diskografie von Abstrakt. Also für alle, die es verpasst haben, das sind die bisherigen Solo-Alben. Hier kann man das sehr schön sehen. Dann inklusive Cover und auch das Ja ist hier aufgeschrieben, in dem das Album erschienen ist. Dann haben wir Kollabos, Mixtapes. Also all das hier von Abstrakt oder unter Beteiligung von Abstrakt. Dann hier auf der Rückseite wieder eine Dame. Dann packen wir das Ganze mal wieder zusammen. Dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus. Und auf der Rückseite haben wir dann, sieht nach Himmel aus. Also nach rot-braunem Himmel samt Wolken. Gut, soviel zum Album. Dann haben wir das Shirt. Dieses ist in Dunkelgrau. Das gefällt mir schon mal gut. Die meisten Shirts sind dann doch eher in Schwarz oder Weiß. Dunkelgrau ist eine nette Abwechslung. Wir haben auch hier wieder diese in Mitleidenschaft gezogene Buddha-Statue. Darunter lesen wir den Schriftzug Absolut. Auf der Rückseite ist das Ganze in Dunkelgrau. Also kein Neckprint oder irgendwas. Und wir haben es hierbei zu tun mit einem B&C Collection. Ein B&C Exakt 190 in der Größe M. Wie gesagt, Größe war freiwillig. Und wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt mal wieder zusammen. Und zum Abschluss erfassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in Dunkelgrau. So wie natürlich das Album an sich mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr abstrakt unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt dabei auf. Ciao.